Guten Tag Leute und willkommen wieder zu einer neuen Folge von Sirius Sam hat die Classic mit Dick Doyle Jo hallöchen und so langsam nähern wir uns hoffentlich den Endboss hat der strampelte so rum dann werde ich die Willigen lesen hier auch der ist schon traurig dann den dann noch weg da war da war wieder Bonny das Pony Bonny das Pony ja sollte man da runter gehen oder ne bleib jetzt einfach mal drauf ich hab doch bestimmt alles Alter wo kommt das her an der anderen Seite was ist mit nein ich bin runter gefallen nein ich bin wieder hoch naja ich komm schnell wieder hoch hier hinten zum Beispiel brauchen wir Kanonenkugeln nein brauchen wir nicht brauchen wir Kanonenkugeln nein brauchen wir nicht die waren ja eh runter hier ja nicht der schaffst da ja gar nicht hin Aua Aua das ist mal gut oder und nicht noch Kugel aber meine ist meinschalte aktivieren meinschalte 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 ok dann müssen wir doch runter dann wollen wir mal gucken nehmen wir erstmal hier weil wir hier gerade so wunderbar aufgewandt haben ich hab's gewusst hallo habt ihr euch jetzt mal beruhigt die Kühe boah die Ringer boah wo kommst du denn jetzt schon wieder weg war denn das jetzt gerade für so eine Überexplosion war gerade echt vor die Überexplosion war hier jetzt nichts hinten weiter na irgendwie nicht dann auf die andere Seite rüber da vorne ist ein Löchlein in der Wand da vorne ist noch ein Rucksack einsack mit ganz führung ja 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 ich schieße jetzt über diese fetten Kugeln rein was steht der geheimer Gang zu Ägypten haben wir gefunden wollen wir denn jetzt ein geheim habe ich irgendwo ein Geheimgang ich hab den geheimen Gang aufgeschossen worden mir geht nur jetzt die 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 man fertig jetzt hier langsam Ey, man kommt echt in so ein... Ich muss auch mal reinlaufen. Oh, wo ist denn hier? Das sieht ja... Ist das das Studio? Oh, hier UFO! Kennst du das noch? Ah, hier! Ja, da haben wir gekämpft, weißt du? Guck mal das Scharfschussengewehr raus! Ja, ich seh das doch ohne! Wo sind wir da? Ja, okay, da ist doch einer davon! Einer von uns! Der andere Mitglieder angezeigt! Warte mal! Tatsächlich! Geht, großer! Leuer, geht nicht! Gott, man kann hier nicht schießen! Nee, aber hier, guck mal hier ist ein Ball! Ich hab den Ball der hat gefurzt, glaub ich! Was? Ich hab den Ball verschossen, warte so! Alter! Abendschiff weg! Das ist ja laut Musik ja! Das ist doch echt, ne? Einmal weg! Kann ich hier was machen? Oh, dann kann ich alles kaputtieren! Scheiße, wollt ihr das nicht nochmal erleben! Immer derselbe Scheiß! Der stirbt nicht! Der ist unsterblich! Das Mikro! So! Haben wir jetzt alles? Oh, da oben noch! Wenn ich's kaputt macht das hier! Hey! Wenn ihr das so wollt! Was? Ich bin tot! Was? Was? Ich bin tot! Nix getan! Ich komm gleich wieder! Ich komm gleich wieder da! Warum bin ich gestorben? Kann dieses... Doch das Kondom an! Das hier! Achso, dann kriegt man jetzt hier die Rüstung, ja! 200er und ein Herz! Sehr schön! Ich krieg mal nicht kaputt hier! Ich krieg mal nicht kaputt hier! Da steht noch ein Pfeiler! Ja, ich... Ah, jetzt sag ich! Ja, ne! Ich krieg mal nicht tot! Nur ein... eine Sache bitte noch! Ne, geht nicht! Okay, dann lass mich... Ich würd den gern mitnehmen und einparken als Briefiger! Na ja! Warte mal da oben noch! Warum bin ich gestorben? Ne! Warum ich? Warum war ich? So! Hier müssen wir jetzt erstmal... Halt! Ja! Ich hab's gewusst! Sobald man das einnimmt, dann kommt da wieder so ein Pforzenkopf angedackelt! Es ist so, als ob man... Ja, nimm gar nix mehr! Dann kommt doch keiner mehr! Dann kommt doch keiner mehr! Boah! Ey! Boah! Boah! Bist du doof! Ich hör schon wieder Habien! Ja, ich auch! Ach ne, hier ist... Ach ne, hier ist... Ich glaub ich ohne meine... So, wir müssen irgendwie zwei Schalltaktivieren, war das so, oder? Wär noch nicht mal einen gefunden, oder? Naja wenn dir hier mit... Na, ne? Na, so aber auch richtig geil. Das... .. accidentally wirnt. Ihr was du? Aber ich habe es jetzt auch so einen Geheimen Raum gefunden... Das war cool! Euétait cool! die vieler diese vieler ja was soll das denn jetzt hier brauchen wir noch was was da für die tür diese müssen wir wieder 4.000 schreiber für so einen scheiß finden und diese pferde alter die nerven mal schön die können euch echt insack gehen und das wären echt nicht weniger ich glaube die pferde haben sie gerne eingebaut kann das sein So, haben wir es jetzt? Nein, haben wir natürlich noch gehen. Was ist der letzte? Lass es den letzten sein. Ah ne, da kommt noch einer. Ja, es ist offen. Ja man muss manchmal auch alle Feinde besiegen. Um hier reinzukommen. Hier war ein Rucksack. Da vorne ist ne Rüstung. Okay, mehr nicht. Gehen wir hier nur die Dinger weg? Nein, hier ist noch ne Tür. Ach du Scheiße. Oh je. Ja. Ja genau. Ja. Siehst du, wenn solche kommen, die kann man voll leicht wegfrazen. Ja. Oh Gott, da war die nicht. Ach. Ah, immer dieses Doizkwein, ey. Ach, ihr Viecher. Was bist du jetzt mal? Ich ziehe ja eine wunderbare Kreise um mich. Und einmal tot. Du bist tot? Dann war ich einmal kurz da. Mit kurzem. Gar nicht auf die Achtes. Alter, Verwalter. Wollt ihr alle meine Freunde sein, dann müsst ihr alle ins Feuer gehen. So, die trennen wir auch noch ein bisschen ab. So, jetzt hüllen wir so ins Feuer. Weg hier. Brennt auch die da jetzt. Komm. Hier ist ja irgendwas. Peter! Warte mal kurz. Peter ist unterwegs. Hüllen in Feuer ein, die Kagell. Damit wir auch alle da was für haben. Sorry. Was, jetzt sollte Peter nicht? Der wollte die Wohnungstür aufmachen. Der wollte den Platz aufmachen? Die Wohnungstür. Vielleicht ist er da auch gestern so oft ran gesprungen. Weil die ist ja auch viel schwerer, weißt du? Ja. Deine Katze ist echt bewundern. Die möchte ja unbedingt alles ausprobieren, wenn das soll. Ja. Eine Wunder. Ich weiß ja nicht direkt. Die wurde zwar dann unten an der Haustür. Hast du das Ding schon eingesammelt? Welches? Ja. Ja, ja. Okay, dann lass uns da nochmal hingehen. Hier stimmt auch wieder was schönes. Jetzt hab ich zuerst mal ne Küche gesperrt. Oh, der Peter muss in der Küche schmoren. Oh. Ist ne Wohnküche, die ist groß. Und das verdient in der einen Hinsicht. Wenn der überall beigeht. Ja. Alter Vater, was geht denn jetzt ab wieder? Ja. Wenn man hinzug auf. Oh. Wir kriegen richtig Versuch jetzt. Oh. Boah, ich hab den Blicken da hinten doch jetzt ergelegt. Wo die auch hinlaufen. Die versuchen einen auch zu umlaufen, oder? Mhm. Die schnell genug sind. Macht die hinter uns hin. Was ist los mit denen? Was ist los mit hier da oben? Was geht hier eigentlich gerade ab? Nee. Alter, was ist los mit denen? Machst du hier schon drin? Nee. Nee, ich bin immer noch draußen. Nimm mich das mal schnell. So. Oh, oh, oh. Ärger, ärger, ärger. Also ich bin schon drin, ne? Ja, warte mal kurz. So, ich komme. Noch ein paar Kanonenkugeln holt. Äh, jetzt zieht er los, ja. Ich hab's gewusst. Oh. Ja, den hab ich gar nicht gesehen. Was was jetzt schon? Ähm. Ich will hier jetzt ja nichts auf vorbeschüren, aber. Na gut, dann gehen wir durch das Tor da vorne. Ich dachte jetzt, dass hier ist eine ganze Horde wieder angetrabt kommen würde. Ach, du Scheiße, ey. Alter, was ist los mit... Oh, ich hab im Stand die Shit-Tacke hier. Oh, der hat die fette Kuchen mal runtergeholt. Ja. Fletch. Dann wird das Gefühl, wenn du irgendwas ausmeldet, kommst, neuer, oder? Ja, ja, das kann sein. Oh, der geht schon wieder. So. Äh. Lol. Oh, hier können wir... Hier startet doch gerade was. Ja, so einen weißen Strich hatte ich auch gerade. Wo ist der hin? Komm doch mal raus. Ich kann gar nicht mehr raus. Äh? Oh Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich kann nur hier raus. Ganz mit, wenn mal. Musst du durchkommen. Durch die Tür. Ich weiß auch nicht, ich komm jetzt zu dir. Oder ich, ich... Oh, ich bin drin. Was war denn da noch? Das Riesen... So ein Riesenfrosch als Endgegner war da. Ich kann dir die Tür öffnen. Kommst du jetzt raus? Kommt du bald, kommst du jetzt noch... Ja, wir kommen aber auch nicht mehr zurück. Kass. Ja gut, dann... Da war so ein Riesenfrosch, der mich da... Ach, sie sind viel nicht wieder. Oh Mann, Alter. ihr übermäßig fetten Kühe, ne? Ja, die sind... So, Ruhe? So, ja, lass uns da oben hochgehen, ey. Boah, je. Oh, Mann, ey. Ich hab 32 Leben noch. Die Tür geht nicht auf. Ja, wir müssen noch nicht drüben auf der anderen Seite. Ja, wir sind da noch welche. Hallo? Ist noch jemand da? Auf jeden Fall ein bisschen leben. Ach, nee, waren wir hier nicht schon? Obwohl, nee, warte mal, die Tür hier vorne ging. Ja. Ach, doch, da waren wir schon. Da war der Geheimgang. Bestimmt. Durch die Tür müssen wir da. Da war da. Von der Tür kamen wir. Da war es. Sister Act. Nee, nee, nee. Von der Tür müssen wir. Von der Tür kamen wir. Oh, wir waren gerade bei der falschen Tür. Ja. Mal, dass es so gleich aussieht, ne? Ja, hier sind wir richtig. Zeit für Rutschen. Platsch. Noch nicht durchgehen, noch nicht durchgehen. Ah, wir müssen Schnitt machen. Wir müssen... Oh, oh. Oh, wir könnten noch hier hinten rum. Oh, noch nicht hinten rum. Warum? Geht immer auch rum. Hier ist nichts. Weißt ja gar nicht. Hätte ja auch wieder jetzt ein Riesengang sein können, wo wir hinmüssten, weißt du? Ja, hier ist aber gar nichts. Okay. Also nicht zum Tor hingehen. Ah, okay. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Immer diese Böden. Okay, Leute, dann sagen wir mal, tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Oh, ich habe die Start-Auto-Auto kaputt gemacht. Wenn es wieder heißt, see you, Sam, htklassik. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, ich war auch voll der Brocken hier im Weg. Ja, okay. Ciao. Ciao.